Hallo zusammen, hier ist wieder der Heutela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs und sollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, was wir nur als Koreaner uns erspielen können und zwar will ich euch das jetzt einmal zeigen. Ich habe mir das schon geholt, das heißt nämlich Philanx der Loyalität und dieses bekommen wir als Koreaner über ein Special Gebäude. Dann quatschen wir mit ihm hier mal. Wir haben nämlich hier das Special Gebäude Pfad des Aufstiegs. Und hier müsst ihr den Pfad des Aufstiegs zumindest auf Stufe 2 upgraden. Wenn ihr eine Höhe habt, ist es umso besser, dann werden nämlich die Kämpfe ein bisschen einfacher, die wir gleich uns angucken. Aber ihr braucht zumindest auf 2 das Ganze. Das kostet euch einmal für Rang 1, ich glaube 1000 Anima und für Rang 2 5000. Hinten raus wird es dann immer teurer, aber zumindest so viel müsst ihr aufbringen und natürlich noch ein paar Seelen aus dem Schlund retten. Was müssen wir dafür genau machen? Und zwar dieser Pfad des Aufstiegs ist quasi eine kleine Arena, wo wir am Anfang verschiedene Quests haben, um uns Bosse freizuschalten und später diese Bosse immer und immer wieder besiegen können. Da gibt es dann auch Daily Quests und aber fürs einmalige Besiegen der Bosse verschiedene Belohnungen. Unter anderem eins davon ist dieses Mount. Dieses System funktioniert mit einer Währung. Die Medaillons des Dienstes, die bekommt man von Rares, von Kisten am besten. Man kann die aber später, wenn man genug Supplene zusammengesammelt hat, auch selber craften über verschiedene Materialien. Das würde jetzt aber alles viel zu weit führen. Ich will euch jetzt einfach mal zeigen, wie das genau funktioniert mit dem Boss bzw. wen wir umhauen müssen. Also wir haben unser Gebäude auf zwei abgegradet, haben uns auch ein paar Medaillons über Rares oder Kisten zusammengefarmt. Dann können wir hier ein Medaillon zahlen und kommen einmal hier in die Arena rein. Sobald ihr in die Arena reinkommt, ist es so, dass ihr euch entscheiden müsst, ob ihr Peligos wählt, Klaia oder Mikanikos. Das sind quasi die Typen. Dann könnt ihr hier einmal einen auswählen zum Beispiel. Ich habe bis jetzt immer nur Peligos genommen, der soll nämlich am einfachsten sein tatsächlich. Und jetzt haben wir hier verschiedene Gegner. Am Anfang habt ihr nur ein oder zwei Gegner. Wenn ihr diese Gegner besiegt, dann kriegt ihr hier immer Belohnungen. Die habe ich jetzt schon alle eingeheimst. Und oft ist die nächste Belohnung ein Bauplan oder irgendwas anderes. Und damit schaltet ihr dann wieder mehr Mobs frei bzw. Quests, wo ihr dann die nächsten Mobs bekommen könnt. Die maximale Anzahl ist insgesamt zehn verschiedene Gegner, die ihr hier haben könnt. Und wenn ihr alle zehn freigeschalten habt, dann geht es halt eigentlich immer darum, immer noch die in einer höheren Schwierigkeit freizuschalten. Also es gibt Mut, Loyalität, Weisheit und Demut. Und die höheren Schwierigkeitsgrade könnt ihr auch erst dann spielen, wenn ihr quasi höhere Upgrade-Stufen eures Gebäudes habt. Wir müssen uns jetzt nämlich gegen einen Typen wappnen, der uns das Mount droppt. Wie gesagt, ich habe das Ganze schon gemacht. Und zwar braucht ihr Matt Mortimer und das müsste, jetzt muss ich mal schauen, manischer Mortimer, der hier müsste das sein. Und den müsst ihr auf Stufe 2 Loyalität besiegen. Also sprich, ihr braucht nicht Stufe 3 oder Stufe 4, sondern hier das reicht und da kriegt ihr das Mount. Wenn ihr die Belohnungen schon bereits geholt habt, dann habt ihr die hier schon angezeigt. Mehr ist es eigentlich nicht, den boxt ihr um. Ihr könnt die Mobs dann immer nur umboxen mit den jeweiligen Fähigkeiten, die ihr unterseht. Und später gibt es dann auch noch mehr Mounts und mehr andere Geschichten. Hier seht ihr, hier haben wir zum Beispiel noch einen Mount drin und auch verschiedene Transmog-Sachen, die man sich dann noch holen kann. Heißt, da ist auf jeden Fall ein Haufen Content geboten. Und ich werde, denke ich mal, sicher noch das ein oder andere Video zu den anderen Mount-Geschichten aufnehmen. Gut, das war es eigentlich soweit, wie ihr an das Mount rankommt. Ich würde sagen, wir verlassen jetzt die Arena an sich mal und schauen uns dann mal den Gaul an, wie der so aussieht. Und gucken auch mal so Mount-Special und solche Geschichten, was wir da so haben. Gut, dann schauen wir mal, wo haben wir es? Hier unten, da haben wir einmal Fühlangst der Loyalität. Das lernen wir jetzt mal. Und dann suchen wir es uns einmal hier raus. Fühlangst der Loyalität. Das Mutes habe ich hier auch schon. Jetzt haben wir hier Loyalität. Das ist quasi, ja, diese Fühlangst-Mounts, da gibt es ja in verschiedenen Ausgestaltungen. Jetzt haben wir mal so ein bisschen dieses dunklere Thema von Mount, was dann halt auch die Gegner hier öfter mal haben. Und das sieht eigentlich ganz cool aus, muss ich sagen. Wenn man die passende Rüstung dazu gebastelt hat, hat auf jeden Fall was. Jetzt machen wir noch das Mount-Special. Ja, sieht ganz cool aus. Mittlerweile habe ich insgesamt drei von diesen Fühlangst-Mounts. Die zwei sind über die Kampagne. Die hatte ich euch in einem anderen Mount-Video schon gezeigt. Und die anderen, die müssen wir uns hier noch freischalten. Die kommen unter anderem vom Händler. Oder man kann auch noch einige hier in der Arena freischalten. Also da ist dann noch das eine oder andere gegeben. Das schauen wir uns dann aber an, wenn ich sie mir erspielt habe. Gut, das war es eigentlich soweit, was ich euch zeigen wollte. Um es vielleicht nochmal kurz zusammenzufassen. Also ihr braucht einen Koreaner-Char. Der Char muss das Special-Gebäude auf zwei haben. Und dann müsst ihr auf der zweiten Stufe diesen Matt Mortimer quasi besiegen. Stufe zwei Loyalität sind die Bosse alle relativ einfach. Ab Stufe drei wird es dann ein bisschen schwerer. Und Stufe vier habe ich noch keinen gekillt. Ich vermute aber nicht, dass es dann leichter wird. Und ja, da wird es dann wahrscheinlich noch ein bisschen knackiger. Solltet ihr Probleme bei den Bossen haben, gibt es bei dem Typen, wo ich euch vorhin gezeigt habe, wo man craften kann, auch noch so Medaillons. Da kann man sich dann auch noch ein bisschen verstärken. Sollte aber bei der zweiten Stufe noch nicht notwendig sein. Ich habe bis jetzt noch nicht mit Medaillons gespielt. Mal gucken. Wahrscheinlich brauchen wir es bei den oberen Stufen dann schon. Okay, ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Und sonst sehen wir uns das nächste Mal wieder. Eutela, bis dann. Ciao.